mit johon wer hat ich habe gemeint wir müssen sie haben mit Reifen so etwas noch von dem Monat so wird jetzt erst mal verkauft das Ding in was im Alter das Maschinengewehr 2 2 2 Team und nicht in der Welt mit Munition und ich hab noch ein Vorratsgebiet mit dieser Führung das muss man er kann weg das kommt Prozent den Hauptmann Beutelgermeister verkauft Boah richtig fette Feuerrat das mal gleich angucken das schaut richtig nach einer G18 aus was hast du für ein Soldatenklassenteil da meinst du ein Mod? ja Fack wo ist meine Waffe hin? das hab ich verkauft weh wenn ich die Waffe verkauft dann renne lass ich gleich voll aus ne das hab ich verkauft geil was hab ich dran? oh jetzt ist der Käfig offen krasses Sache uuuuuh keine Ahnung so gut wie immer einer ja hab ich naja das dürfte eigentlich nicht so gut sein nicht voll ich hoffe kann ich halt alles verkaufen gut sonst sooo und nichts mehr gut wo bist du? vorgerannt bist du schon am Quest zu abgeben? noch nicht wachst du vielleicht mal auf mich damit ich auch die Sprache und so weiter alles mit auf der Aufnahme hab das ist nicht viel was du da auf in Sprachen so ja nicht viel aber wichtig der sagt nur was willst du? Flaschen mit Fusel Hammer Flaschen mit Fusel ja ich will aber noch was verkaufen deswegen komme ich jetzt mal zurück ich weiß nicht, ist das sogar ne SMG? das schaut nach ne SMG aus ne, ist ne Pistole oder? ja ist ne Pistole obwohl die, die schluckt SMG Munition das ist ne Pistole, die SMG Munition schluckt wenn ich jetzt so richtig sehe so, Fusel Fusel komm schon Falt mit drauf jetzt machst du ihn warte, warte oh scheiße alter hauen die runtergehüpft, wird einfach mal eh gedrückt ich kann auch nicht viel Geld, den die verloren haben über 50 tausend Tau 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 das ist nicht gesehen, ne ich mach die alle platt das ist nicht gesehen, ne ich mach die alle platt hier kommt nicht gleich vom Entsehen Tau Tau boah, ich warte immer noch auf mein Berserkaskirchen Tau 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 heilung gut jetzt geht's los aufgeräumt eine C4 Lattung ja wo muss seit sich probiert 8.4 ich habe das Emissionen zu viel platzieren die Verarbeitung keine Ahnung Warte mal erst mal, muss ich was gucken. Boah, jetzt könnten wir beide Leben gebrauchen. Jetzt brauche ich keinen Arzt mehr. Boah, wieder da auf der Truhe liegt. Wie so ein Mongo. Oh, was war das? Kann man denn da gehabt? Fehl, du. Nix. Nix für mich. Für mich, je. Nix für mich. Ich habe nur was zum Verkaufen. So, meinst du ein Medikett angenommen? Ich glaube, ich muss mir auch gleich mal ein Medikett ziehen. Ich kann nur mit Medikett rum. Ich geh mal zurück für dich an und sagen, ne, ne? Wir haben so nicht gekillt. Ich weiß nicht, wie wir mal hinzuhalten müssen. Aber Achtung. Jetzt zurück zu denen. Und wie ab nochmal die reinhauen. Ja, genau. Fühlt auf mich. Alter, die zieht voll rein, meine Fresse. Aber richtig achten wir mal irgendwie nicht, ey. Schaffst du's? Nö. Schaffst du's? Nö. Schaffst du's? Nö. Hörst du's? Hörst du's? Hörst du's? Hallo? Ich bin so nett, den da nicht. Oh, das ist der Geld ist. Komm schon. Ja Mann. Boah ey. Ich bin nicht nur werdet. gar nicht mehr wo wir anrufen überlebenskünstler Lies mal deinen Klassenort vor Ja, warte 27% Team Shieldladergeschwindigkeit und plus ein Unfallschutz Ah, okay, dann ist der hier schlechter weil er hat nämlich plus plus 15% Team Shieldladergeschwindigkeit die Schneider, die tue mich dann auch weg, die Bolle nicht mehr und dann muss ich noch ausgucken äh, mich hat es schon richtig rein, oder? Öh Öh Schau mal, die ist auch, äh, automatisch los, so mit wenig Schaden Die G18 Skyler Und jetzt habe ich noch eine die hier, die Difter aber noch langsamer schießen aber die haben bis hier und haut Schaden raus Na, die ist sogar relativ ungenau, kann ich bei dir verkaufen ne, die macht nicht mal Nachkampfschaden mehr äh, verkaufen ich will verkaufen ich will verkaufen nein, 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 nicht die oh, nochmal Glück gehabt pfui 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 die hier will ich verkaufen oh, da hab ich Glück im Unglück gehabt Glück durch und Glück relativ äh, mussten wir nicht noch Fusel sagen, holen? Ja, um dein Gebiet Ach, in dem Gebiet hier? Wahrscheinlich, wissen wir gleich aber krass aber krass krass